Wir nehmen den Green einfach und dann sammeln. Ich hab die Sparrow of the off? Ich hab die Sparrow. Das hat die Sparrow. Die Sparrow. Das ist noch nicht bereit. Shit. Trait. Die waren jetzt gerade zu viert hier bei mir. Die Oh, oh, oh. Das hat Google gut gemacht gerade. Das hat sie gut gemacht. Das hat sie gut gemacht. Wer will denn jetzt schon wieder aufgeben? Friedet hier irgendwer? 0-3 Muriel, nur 1 Gadget, 0-2, ach ja, mein ganzes Team. Der Rest meines Teams ist nicht so gut dabei, würde ich sagen. Äh, doof ausgedrückt. Schade. Ja, Bladup, sieht so aus. John, dieinos Mus unve defer. An ally, a seconden enemy. Die Allえる Towels unter der Attacken. Was ist das? Sind alle hier? Ach Mensch Die sind alle hier jetzt Jetzt gehen die auch alle weg Trimblast hätte doch easy den Tower reinpushen können, oder? Belica low Alles ist low Trimblast kriegt nichts geschissen Hat seine Ulti rausgehauen für gar nichts Schade Also nichts geschissen, weil er schlecht ist oder so Das wollte ich damit nicht aussagen, aber Ja, vielleicht irgendein Enemy holen Okay, warte mal, die passen auf ihren Inhib nicht auf Die Muriel ist, glaube ich, ziemlich unzufrieden gerade The enemy power is under attack The enemy power is under attack The enemy has been saved Was ist das? so jetzt kann ich ein bisschen versuchen irgendwo zu unterstützen Die Alli-Tower ist unter Ich will absorb the energy of the spirits. I'm an ally, a big snake. An ally, a snake, an enemy. An ally, a snake, an enemy. So. Nochmal lebend rausgekommen. Let's go. Here's more. The enemy tower is under attack. The enemy tower has been destroyed. It's there. Let it go. Let that enemy view. That's insane. The enemy in the air is under attack. The enemy inhibitor is under attack. Therefore. Ach, dieser kleine. The enemy inhibitor is under attack. An ally, a snake, an enemy. In the air is under attack. Early attack. Leveled up. The skill can be enhanced. An ally has been slain. Oops. An ally has been slain. An ally has been slain. Das Ding ist halt... Ja, gar Sengs geschrieben. Ja, was sollte ich da als Revenant machen? Jetzt wird es mal Zeit für ein Bierchen. Lass dir schmecken, Hopfenzocker. Ihr habt mich schon gefragt, wenn du das das erste Mal schreibst. Ja, meine Tauern ist untertackt. Los geht's! Das geht's! Das geht's! Hier ist mehr! Das geht's! Das geht's! Sie sind untertackt. Geht's! Das geht's! Ich wusste, dass wenn wir im Prime anfangen, verlieren wir wieder. Vielleicht kriegen sie es noch hin mit Twin Blast. Der macht nämlich ordentlich Schaden. Ja, haben sie hingekriegt. Ja, gut gemacht. Das ist mein Tod wenigstens nicht umsonst. Chimera, hau da ab. Achso. Ich dachte schon, der kriegt jetzt einen Hit und ist weg. By an ally. So, das Buch als nächstes. Feierabendbier muss sein. So sieht es aus. Win. Sehr schön. Leider gestorben in einer wichtigen Teamfight-Situation. Aber ey. Sie haben es noch geschafft. Das war das Wichtige. So. Kiki, ich sage es euch. Ich bin so zu Tränen gerührt. Aber mein Team hat auch ganz gut äh, gespielt, fand ich. Battle Record. So, ich stehe 5-3-4. Sparrow steht, wenn Gegner an 2-6-4. Okay, die geben jetzt ihr die Schuld. Aber die hat halt auch gegen mich gespielt. Was hat sie denn gebaut? Joa, ist jetzt nicht so abwegig. So, call das Wichtiger. Okay, Manuel. butt Certainly dich.